so eigentlich möchte ich jetzt duschen gehen ja einfach mal so und die dusche springen und jetzt das geht leider nicht warum es nicht geht das zeige ich euch jetzt es ist besetzt die dusche ist besetzt von unserem nialer baby hat sich einfach verkrochen hat die schnauze voll und hat sich in die dusche verbrochen das ist elvis er hat sich in die dusche verkrochen warum das weiß kein mensch das ist ja nur halb so wild dann dusche ich halt später was soll's hauptsache das nialer fühlt sich wohl